Hallo und willkommen zurück zu Goffik 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier gerade sage und schreibe fünf Minuten zugeguckt, bis Cavalorn endlich diese dämlichen Warks besiegt hatte. Und ich fürchte, ich hätte ihm eigentlich helfen sollen. Dafür bin ich allerdings derzeit noch viel zu schwach. Ich war ein bisschen weit weg, so dass ich ihn zwar noch anvisieren konnte, oder die drei noch anvisieren konnte, die beiden Warks und ihn, aber sie waren nicht mehr sichtbar. Und ich schätze mal, die Kollisionserkennung hat sie deswegen da in den Fels laufen lassen. Tatsächlich kam Cavalorn auch nach dem Kampf aus dem Fels rausgelaufen. Und hier ist so ein Suchender. Auf den habe ich gerade keinen Lust. Aber mit Cavalorn will ich eine Runde quatschen. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Ja, und ich weiß jetzt auch, was du da wolltest. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Was hättest du auch sonst bei der alten Bretterbude zu suchen? Da ist nichts mehr. Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. Na klar, alter Freund. Sicher. Großartig. Das ist zwar ein mieser Preis für einen Erzbrocken, aber hey. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Korinis so wertvoll ist. Doch. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ich will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Gib mir 100 Goldmünzen. Dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Ja, Astus. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Und ganz ehrlich. 100 Goldmünzen sind weniger wert als 500 Erfahrungspunkte. Damit habe ich jetzt schon fast Stufe 13. Ich habe 20 Lernpunkte. Das reicht für... Keine Ahnung. Werd ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Ähm. Joa. Ne? Ich würde mal sagen. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg in die Stadt. Dann überbringe ich meine Beweise. Und als nächstes allerdings hatte ich mir überlegt, jetzt wo ich durchs Minental durch bin, will ich endlich mal in die Erweiterung gehen. Also nach Jakenda zu den Piraten und so. Ich will gerade noch mal hier schauen, was hier was Neues gibt. Nope. Alles beim Alten. Schade, 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 schade. Beim... Bei dem kleinen Tal hätte ich gerne auch nachgeguckt. Aber ich glaube, ich komme noch oft genug bei Xardas vorbei. Um das dann immer noch zu... Ach, Moment. Das ist der Ausgang hier, ne? Ja, okay. Alles klar. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte, es wäre hier eine Abzweigung und ich wäre rechts rumgelaufen. Alles gut. Alles gut. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Nicht mehr als sonst. Nun gut. Ab nach Corridis und diesen dämlichen Suchenden ausweichen. Weil die sehen alle irgendwie gleich aus. Und ich vermute ganz stark, dass die auch alle gleich stark sind. Hier noch ein paar Kräuter einsammeln, die ich übersehen habe. Und ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach. Also gerade auch, weil jetzt diese beiden Warks da bei Cavalorn waren. Das lässt mich doch stark vermuten, dass ich aus irgendeinem Grund schwächer bin, als ich sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Von daher lasse ich mal diese Gelegenheit zum Training nicht links liegen. Nichts zu plündern. Und erledige diesen Feldräuber und dann laufe ich diesen Suchenden nicht in die Arme. Das könnte sogar der von vorhin sein, der da ganz gemütlich vorbeispaziert ist, als ich mit Cavalorn gequatscht habe. So ein Depp, ey. Ja, weil ich im Gespräch bin, ignoriert er mich, als wäre ich nichts wert. Da fühle ich mich gleich minderwertig. Nee, eigentlich nicht. Bin ganz froh drüber. Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang. Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Kerle in schwarzen Kutten? Wie geht's deinen Schafen? Als ob dich das interessieren würde. Du hast ganz andere Probleme. Boah, willst du das wissen? Meine Probleme. Was weißt du denn schon davon? Eben. Ihr edlen Herren aus dem Kloster solltet was gegen diese Kapuzen-Typen unternehmen. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe, Freundchen. Du kannst doch auch nur große Reden schwingen. Am besten, du verschwindest wieder. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Der ist ja gut gelaunt. Ach, schön. Ich bin wieder hier in Korinis. Wieder aus dem Minental raus. Zum zweiten Mal. Und das fühlt sich doch schon wie ein neuer Anfang an. Irgendwie, ne? Ein bisschen so, als würde das Spiel jetzt erst so richtig losgehen. Muss ich ja sagen. Könnte natürlich durchaus genauso sein. Denn nicht zuletzt habe ich ja im Minental Ich weiß nicht, ob man das Minental so als Intro sehen kann. Nachdem ich mich jetzt auch endlich entschieden habe, was ich sein will und so. Kann man glaube ich schon so sehen. Äh, wie viel Uhr ist denn? Ist es mit... Hilda macht Mittagsschlaf. Okay. Ich suche den Bauern, nicht die Frau. Wo finde ich denn den? Hier drin wird er nicht sein bei den Knechten, ne? Ne, das wäre Unsinn. Das wäre sogar ziemlicher Unsinn. Da oben ist er auch nicht. Sag mal. Ist er auf den Feldern vielleicht? Ja, wäre eigentlich naheliegend, ne? Für so einen Bauern. Bauer, Bauer. Lobart! Genau, da ist er doch. Hey, altes Haus. Wie geht's hier? Hey, du. Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Sie haben sich ziemlich lange mit Vino unterhalten. Und dann sind sie mit ihm verschwunden. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Sie liegt die meiste Zeit im Bett. Das hatte sie schon öfter. Ich drehe hier noch durch. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Es ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich hab gesehen, wie sie eine Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Warum gehst du mit deiner Frau nicht zum Heiler? Dazu müssten wir zu Vatras in die Stadt gehen. Aber ich geh hier keinen Meter von meinem Hof, solange hier so ein Chaos herrscht. Was wollten sie von Vino? Das sagten sie nicht. Sie haben ihn einfach mitgenommen. Wohin haben sie Vino verschleppt? Sie sind mit ihm den Hügel darauf. Den da? Ja, den da. Aber wenn ich mit einem Suchenden schon so massive Probleme hatte, werde ich hier mit so vielen ganz sicherlich nicht fertig werden. Die Frage ist nur, komme ich an Vino ran, ohne auf einen Suchenden zu stoßen? Und es sieht so aus, als könnte ich das tatsächlich tun. Von hier aus. Hey! Was ist los mit dir? Verdammt, verschwinde! Sie werden mich sonst noch töten. So viel dazu. Jetzt töten sie ihn, oder was? Nein! Nein! Wie? Die haben Zielsuchende geschossen. Das ist ja fies. Nein! Ihr dürft mich nicht töten. Das verbiete ich euch. Bei Innos. Bin fort, böses Gesindel. Nein, werdet ihr nicht. Ich werde Stärke werden und dann werde ich euch kriegen. So sieht's nämlich aus. Und jetzt krieg ich erstmal diesen Feldräuber. Das sag ich doch. Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Aber da vorne ist die Stadtwache. Immerhin. Das sind, glaube ich, meine Freunde. Ich muss ja nur irgendwie runterkommen. Hier, hier, ja. Hier geht das. Kein Problem. Ach ja, Heilkräuter. Wie schön. Moin, moin. Na, was gibt's Neues? Lass mich hier holen. Wie sieht's aus? Alles ruhig. Wir halten weiter die Augen offen. Wie alles ruhig? Du hast jetzt Zugang zur Stadt. Wenn du dich nicht an die Re... Warte mal, das kenne ich. Wie hier ist alles ruhig? Bauer Lothbart hat gerade erzählt, dass sie den Stadtbewohner einfach verbrannt haben. Und du sagst mir, hier ist alles ruhig? Das ist eine sehr interessante Definition von alles ruhig. Hm. Nun gut. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier alles? Ich... Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Diego, hey. Was geht? Das höre ich zum ersten Mal. Was sind das für Klamotten? Wie siehst du denn aus? Die habe ich von einem Händler vor der Stadt gekauft. Die Wachen wollten mich zuerst nicht reinlassen. Außerdem muss ich ja nicht jedem unter die Nase reiben, wo ich herkomme. Stimmt auch wieder. Sehe ich auch so. Aber auch wenn ich meine Schattenkluft abgelegt habe, bin ich immer noch der Alte. Und ich habe große Pläne mit dieser Stadt. Hm. Ich habe große Pläne. Und den Schnurrbart hast du auch. Hm. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Irgendwie kenne ich das Problem, in die obere Stadt zu kommen. Was habe ich denn davon? Was bekomme ich dafür? Habe ich dich jemals gefragt, was ich von dir bekomme? Wir sind Freunde. Es sollte doch wohl reichen. Hm. Auch wieder wahr. Hast du dir viel gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich war im neuen Lager. Warte mal. Du hast gar nicht so viel für mich gemacht. Ich habe dir den Arsch gerettet. Zweimal. Ich werde dir helfen. Gut. Pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zur Zeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minentar gehen und mir mein Gold holen. Ich habe da meine eigene Meinung. Äh, warte mal. Wo hast du denn das her? Wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die Goldstücke unter den Nagel gerissen hat? Nichts war leichter, als ein paar Goldstücke auf die Seite zu bringen. Nur für den Fall, dass wir da nochmal rauskommen. Alle waren so scharf auf das Erz, dass sich keiner für Gold interessiert hat. Das ist richtig. Die ganzen Münzen waren im ersten Teil nichts wert. Gar nicht mal dumm, der Diego. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Was hast du mit dem Gold vor? Ich habe bei einem der Händler im oberen Viertel noch eine Rechnung offen. Die gilt es zu begleichen. Dann steht deiner neuen Karriere nichts mehr im Weg. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hätte es mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Es war genau so, wie du... Ja, der Austauschplatz, ne? Da, wo wir fast waren. Das ist halt leider nichts anderes als da, wo auch die Orks stehen. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Die ganze Stadt spricht schon davon. Erinnerst du dich an Lothar, den Paladin? Kann sein. Jedenfalls ist er tot. Auf offener Straße ermordet. Natürlich gibt man den Söldnern die Schuld. Das hat er doch vorher gewusst. Wow. Das war doch der, der mich hier belehrt hat. Über die Regeln in der Stadt und so. Wow. Ist der das abgekriegt und nicht abwehren konnte? Nicht übel. Nein, ich brauche keine Lederrüstung. Zeig mir deine Ware. Seit die Söldner den Paladin Lothar umgebracht haben, sind die Kontrollen der Paladine noch schärfer geworden. Ich hoffe, dass sich das legen wird, sobald sie den Mörder gehängt haben. Was hast du denn Feines? Ja, ein paar Fackeln brauche ich nicht. Besen brauche ich nicht. Einen Heiltrank brauche ich nicht. Ach, puh. Habe ich irgendwas zum Verticken eigentlich? Ja, so ein paar Sachen hier. So Kleinigkeiten, ne? Skelettknochenflügel. Aber eigentlich habe ich genug Gold. Ich brauche gerade das Gold ja nicht für irgendwas. Ähm. Ding, da war die... Ja, das Breitschwert kannst du haben. Und die Bolzen kannst du haben. Jupp, vielen Dank. Das war's auch schon. Mehr kann ich gar nicht. Inventar aufräumen. Muss ich zu Bospa? Habe ich ein paar Fälle? Habe ich ein paar Fälle? Ich habe bestimmt ein paar Fälle, oder? Ja, hier. 16 Wolfsfälle. Mal schauen, ob Bospa mir dafür was Gutes bezahlt. Äh, nö. Zeig mir deine... Nur das Übliche. Aber komm, hier, nimm. Der kann wenigstens was damit anfangen. Und falls ich irgendwelche brauche, werde ich die hier suchen. Von daher passt es. Wie sieht's in der Stadt aus? Wenn die Orks uns tatsächlich belagern sollten, wird es hier ziemlich ungemütlich. Es gibt nur ein Schiff. Und das bewachen die Paladine. Damit werden sie bestimmt nicht die Bürger retten. Gibt es keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen? Nein. Ohne Schiff kann keiner von uns diese Insel verlassen. Interessant. Es gibt ein Schiff, mit dem man die Insel verlassen kann. Sehr schön. So, und bevor ich jetzt hier noch weiter rumschlendere und die Stadt zum zweiten Mal erforsche, werde ich einfach mal hier hochgehen und Lord Hagen die Beweise bringen. Und jetzt weiß ich ja auch, was mit dem Typen da passiert ist, ne? Mit dem Besessenen. Er hatte das nicht. Das hätte er ja auch selbst wissen. Ähm, Moment. Wie war das? Ich hatte doch irgendwas für Fernando. Ach so, genau. Fernandos Geschäfte. Fernando wollte wissen, wie es ums Erz im Minental steht. Und danach kann ich ihn verpfeifen. So. Wow, dankeschön. Womit verdienst du jetzt... Hatten wir das nicht schon? Ich bin ruiniert. Hätte ich nur auf meinen... Ja, das hatten wir schon. Wir sehen dich, du Urm. Du kannst uns nicht entkommen. Was? Zum Henker? Ich bin gesessen. Von mir erfährt keiner was. Gold? Das ist schon mal meins. Was zur Hölle? Ein Schlag? Du Arsch. Und das war richtig viel Gold. Ich werde dich so fast von verpfeifen. Und dann werde ich dich verprügeln. Und dann werde ich dir das Gold wieder abnehmen. Ich werde dich verpfeifen. Dann bist du im Kerker. Und dann bringe ich dich um. Vergiss es, Mann. Damit kommst du nicht durch. 800 Gold hat er mir abgeschnappt. Ey, die Sau. Naja. Erstmal zu laut Hagen hier. Oder? Kann ich denn die Banditen-Quest noch machen? Wenn ich das hier erledigt habe? Ich weiß es gar nicht. Hm. Ja, wird schon irgendwie passen. Ich speichere einfach mal vorher. Für alle Fälle. Und dann werden wir ja mal sehen, was hier passiert. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert. Und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Vielleicht kann das Auge Inos uns jetzt alle retten. Ja, vielleicht. Hoffentlich. Streng genommen. Hoffentlich. Nun gut. Ich muss dringend eine Runde schlafen. Und ich bin sehr daran interessiert, wo mich diese Rune hinbringt. Ich schätze sie ja mal zum Hafen. Ja, da stand sie ja gerade. Da stand gerade. Zum Hafenviertel. So, Lares, ein letzter Test. Bringst du mich zur Erweiterung? Nein, tust du nicht. Bring mir was bei. Und so richtig was beibringen, was ich brauche, kannst du auch nicht. Also gut. Dann werde ich jetzt eine Runde schlafen gehen. Und das tue ich am besten. Dann muss ich kurz nachdenken. Wo kann ich hier schlafen? Im Hotel könnte ich schlafen. Ich könnte... Warte mal. Wenn ich schon hier bin... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Werde ich nächstes Mal Taschendiebstahl... Äh, nee, Schlossack knacken lernen. Und jetzt bin ich aber erstmal raus für heute. Beziehungsweise für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.